Und da sind wir schon im Spiel. Hier haben wir den Startbildschirm. Der sieht schon großartig aus, finde ich. Schon mit Monkey Allens Musik. Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island. Ich glaube, wir haben gleich ein großes Intro, da habe ich schon geguckt. Das wird noch ein bisschen Einführung sein. Also, ja. Ich klicke mal auf Spiel starten, mal schauen, ob es klappt. Juhu, es klappt. Das ist was Neues. Sea of Thieves. Funktioniert. Du musst nicht deinen Account wieder aktivieren. Ich muss nicht meinen Account wieder aktivieren. Achtung, Zwischensequenz. Ne, Chucks Legacy. Jetzt haben wir irgendwo einen Trailer oder so. Mini Island. Ah ja. Werbung für ein Kostüm-Set von der Chuck. Kann man sich wahrscheinlich dazu kaufen. Und ein Schiff kann man immer. Als das das erste Mal gestartet haben, war da noch ein Trailer für eine Einführung zum Spiel. Jetzt habe ich sofort geskippt. Ich glaube, das haben wir verpasst. Das wäre schade. Okay, ja. Die Einführung. Da muss ich sie irgendwie noch anders einschreit schneiden. Mach mal wohl. So, wie war denn das jetzt mal spielen? Ja, stimmt. Das ist mein Charakter. Ich habe gerade vergessen, wie der aussah. So, wie lade ich dich jetzt ein? Spielen. Legende von Monkey Island wollen wir spielen. Was nehmen wir? Eine Galleone, ein Zweimaster oder eine Schalupe? Das Kleinste, wie immer. Oh. Wir können noch ein Zweimaster nehmen. Mit Kuhgröße 2 bis 3 geht das. Das können wir... Wir wollen... Nein. Meinst du? Wir nehmen das Kleinste. Für zwei Leute reicht. Okay. Bestätigen, Kuh zusammenstellen. Mach dich mal ein bisschen leiser. Ja, mach das. So. Obwohl, ich wusste mir gerade die ganze... Endfreunde einladen. Das macht man so. Ähm, Modi. Du müsstest eine Einladung gekriegt haben. Hast du es wieder über Steam gemacht? Ja. Du weißt, dass ich dieses Spiel nicht auf Steam habe. Okay, mach das dann. Mach es einfach über das Spiel. So wie letztes Mal auch. Ja, ich habe die... Im Spiel hier eine Spieleinladung geschickt. Hast du eine Einladung gekriegt? Nein. Okay, machen wir es dann sonst. Ich versuche mal, dich reinzubringen. Ich glaube, das war beim letzten Mal auch so. Raus ging, rein ging nicht. Irgend so was war da. Ich habe dir gerade zwei Einladungen geschickt. So. Er kommt halt zu dir. Ja, es war ja glaube ich so, du kannst raus senden. Äh, du kannst reinkommen bei dir, aber ich kann nicht zu dir rein, weil ich habe es auf dem Microsoft-Ding. Na dann, auf geht's. Hast du auch Monkey Island gewählt? Ja. Das wird es dann doch spielen. Dann auf geht's. Ich bin gespannt. Ja, das ist, das ist die Fluch der Karibik-Erweiterung für, für Sea of Thieves war ja so, naja. Sie war gut, wenn sie funktioniert hätte. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert hier. Ich glaube besser. Ja, die Trailer waren großartig. Naja. Ich fand's so großartig. Na, ich glaube hier sind die auch tatsächlich Fan-Forten, das heißt, da werden die ein bisschen Zeit reingesteckt haben. Okay, Bosch, die guteste Wurst. Ein mächtiger Pirat. Oh, woher haben mich 20.000? Ich glaube, ich muss mal gleich das Outfit ändern, wenn das noch geht. Ich meine, das ist sehr hübsch, was ich habe, aber... Ich habe plötzlich 39.000, ich glaube... Bist du auch noch im Ladebildschirm? Also ich bin noch im Ladebildschirm. Und da rennst du schon rum im Spiel. Ich lauf schon. Fantastisch. Ich habe hier noch schöne Bilder. Ah, hier bin ich. Ich habe hier... Lovanamani vor mir. Äh, ja, das passiert. Ich will mir jetzt erstmal halbwegs was kaufen, was man braucht. Wie sehe ich aus? Hast du auch plötzlich 20.000 gekriegt? Äh, wurdest du wieder gehackt oder was? Ne, ne, das ist, glaube ich, Eventzeug, weil ich... 163.000 habe ich. Ich habe 39.000, das reicht mir auch. Okay. Wo kann ich mir Klampen kaufen? Hier oben. Ich hoffe, das hokelt nicht zu sehr am Stream. Bekleidungsgeschäft. Äh, ja. Wie interagiert man hier nochmal? Ich habe das Spiel lang nicht mehr gespielt. Achso, äh. Ich kenne mich familiär. Ich kenne mich familiär. Okay. Ähm. Was kann ich mir denn leisten? Kann ich mir ein neues Kleid leisten? Uh, vermutlich alles. So haben wir denn hier ein hübsches Kleid. Das sieht nicht schlecht aus. Das wäre es. Wir wollen ja nicht zu ernsthaft aussehen für Monkey Island. Und das wäre doch was. 48.000. Das ist eine Augenklappe, die wir bestimmt auch noch kaufen. Eine schöne, bitte. Wo sind hier denn die Guten? Äh, ja. Alles ins Outfit stecken. Das ist wichtig. Es gibt ja ja nicht viel sonst. Nein, Waffen, glaube ich, unter dem Schiff kannst du noch Sachen stecken. Ich hole mir jetzt das Krabben-Outfit komplett. Das ist bunt genug für heute. Krabben-Outfit? Ja, Krabben-Krappler. Aha. Das ist schön bunt. Ich bin wahrscheinlich komplett farblos dann. Na, für den Haken reicht es nicht. Na, schau. Womit sehe ich am meisten aus wie ein mächtiger Pirat? Das mag tun, kaiserliche Augenklappe, das ist doch des Herrschers. Neue Frisur. Neue Frisur. Welche habe ich denn jetzt? Wahrscheinlich mal diese. Das wäre was. Habe ich nicht in die Mütze auf? Na ja, ich habe einen hübschen Mütz auf. Da kriege ich noch eine andere. Hier geht es gleich sehr spannend los mit Shopping. Da habe ich die nicht schon. Und da ist noch ein bisschen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nö, seit dem letzten Event-Update-Ding. Da hatten wir gesagt, wir dürfen uns hier wieder... Wir haben gesagt, wenn man Keilend rauskommt, dann... Wenn man Keilend rauskommt. Ja, und das haben wir getan. Ja, das ist richtig, aber... Jetzt sind wir wieder hier. Ja, das taten wir. Haar-Färbung passt so. Oh, Klappe. So, wo ist mein Kleid? Was ich gekauft habe. Das ist Cosmetik-Truhe. Kleid-Truhe. Hier, so muss das. Hm, der ist auch nicht schlecht. Den habe ich gerade gekauft. Gürtel. Gürtel. Machen wir mal ein paar passende Dinge zu. Einen Schuhe. Einen Schuhe. Der Schuh hatte ich noch. Hübschneidräter gekauft. Ich bin dann mal hier am Angeln. Mach das. Wie kann ich mich selbst sehen? Kannst du nicht. Doch, da gab es noch den Command mit den... Mit den Emotes. Da muss ich glaube ich hinsetzen oder sowas. Da gab es irgendeinen... Okay, jetzt habe ich eine Kanone ausgerüstet. Mit eins habe ich eine Schwerhaut. Da gibt es auch noch einen Waffen-Shop hier. Bestimmt. Waffenspiegel. Hallöchen. Und der Em hat auf Deutsch gesprochen. Die spricht jetzt hier auf Englisch mit mir. Interessant. Ist sicher, dass es... Ich glaube nämlich nicht, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Der eine hat mich gehört... Der eine hat mich doch gerade... Der... Der Klamottenverkäufer hat mich gerade auf Deutsch begrüßt. War ich mir relativ sicher. Vielleicht ist der einfach in... Im Spiel Deutsch. Wer weiß. Das kann ja auch sein. Ich habe einen Fisch gefangen und habe einen Level Up. Ah ja. Ach ja, stimmt ja. Es gab ja irgendwie Battle Pass Scheiße. Wie sieht mein Acturess aus? Sieht schon besser aus. Warnet die Emotes. Und wie kommt man in die Waffe wechseln? Das Wichtigste muss natürlich auch herausfinden... Ah. Das habe ich herausgefunden. Ich habe herausgefunden, wie man Musik spielt. Und wie man schreibt... Also herausgefunden, nicht wirklich, aber... Okay, mit I wechselt man scheinbar das Instrument. Gab es da nicht einen... Gab es da nicht einen Rat, wo man... Mit Kuh. Kuh, ah. Wenn man da nicht irgendwie... Hat man das Schiff nicht ausgerüstet, dass das besser aussah? Hast du da nicht was für gekauft? Ich kann mal gucken, was da alles... Alles muss man sowieso jedes Mal neu machen. Kann sein, dass ich irgendwas... Mach das Schiff mal hübsch. Da hatten wir doch schon mal ein anderes. Dann müssen wir zu Mardi gehen. Die stand hier irgendwo rum. Oh, es gibt Schiffsdekorationen jetzt mittlerweile. Cool. Noch mehr Zeug zum Geld ausgeben. Das gab es doch schon länger. Nein, Deko. Von wegen, ähm... Lieber rot oder schwarz? Ich würde sagen schwarz. Wir machen es bunt. Warum spiele ich die französische Hymne? Ich weiß, dass es ein französisches Spiel ist. Siemens Lieder. Sollen wir dir die Quests jetzt annehmen, oder? Äh, ja. Da steht sie. Schöner Hut. Ja, ist das. So. Nun, wenn das alles ist, was du sagen wolltest. Könntest du dann weggehen und jemand anderen belästigen? Sie haben noch viel Arbeit zu tun. Du musst nicht alles vorlesen. Bitte liest nicht alles vor. Das ist Capsace-Characters. Schade. Die Synchronisation ist aus. Also ich sehe das entweder... Die hat auch keine Synchro. Oh, schade. Er sagt ja und... Hm. So. Jetzt Türen. Türen an. Wie ist das mal? Okay. Also... Hatte ich eine Quest für uns, oder nicht? Sollte sie haben. Also bei mir nicht. Capsace-Characters. Wie ist das hier? Hier unten. Hier unten müssen wir. Ja, der Schiff. Dein Buch. Dein Buch hier. Die Reise nach Midianet. Genau. Auf geht's. Hey, nicht zuhörst. Nicht, wenn du denkst, du bist zu schwer genug, um den Mann zu schrauben. Alles, was ich weiß, ist in diesem Logbuch. Ich würde ihn selbst finden, wenn ich das Geld hätte, um die Wälder zurückzunehmen. Aber für heute bin ich nur noch ein anderer Landflotter, der in den Türen verhängt. Ich habe gerade so gut gepasst. Nein, hat nicht. Du bist gut. Ich will nicht Freunde. Aber ich möchte jemanden, der bereitsteigte den Piraten zurückzunehmen. Dann kann er eine lange und sinnvolle conversende mit dem Seele meiner Autofahrung. Das wird nicht passieren, wenn du Zeit hast, um unsere Situation zu erklären. A Zeit, ich habe einen Piraten namens Guy Brush Threepwood und seine Frau Elaine, um zu feiern, die ihr Zahnarzt hier auf dem Meer der Flanzen. Ich lehne sie doch. Ne, das geht kein Salz. Ich hab ne Marders. In diesem Raum, Menschen und Pläne, die schon lange zurückkommen können, dich zurückzuhalten. Mit all den Hoffnungen und Tränen in deinem Herz. Ich schaue, dass Guybrush in seine eigenen Erinnerungen geblieben ist. Erinnerungen von einer entfernten Piraten-Sanctuary, wie die Melee-Island. Wenn er nicht geschlädigt wird, er bleibt in einem Tränen-Welt für alle Eternen. Jetzt bin ich gerade angekürzt. Und erinnert von Fragments von seinem Erinnerungen. Das ist deshalb, dass ich Kate gebeten, um die Piraten zu entdecken, die beide bereit sind und bereit sind, um die See of the Damned und zu retten, um Geibrush zu retten. Und dann, alle hier hier sehen, wie ein Pathetic Dope er wirklich ist. Es ist ein guter Plan. Ich denke, sie können es wegziehen? Ich glaube, sie können. Okay. Sie zeigt nach dort. Kate lernt von Guybrush's Wellabouts, aber ich konnte ihn nie erreichen. Du wirst ihn in ein Uncharted-Territory zu retten. Auf der Melee-Islande können Dinge sehr anders sein, von dem See of Thieves, die du kennst. Was machst du da? Die Kate da schießen. Du weißt, dass das nicht geht, ey. Die erzählt noch was. Was machst du? Die quatschen noch. Die quatschen noch. Du hast nur noch einmal mit dir gesprochen. Die quatschen noch miteinander. Die quatschen noch miteinander. Bei dir noch? Bei dir noch? Bei dir noch? Finde... Finde Threadwood. Das war aber schon klar. Missions-Bural halten. Auf geht's. Lass uns... Typ Bürste Treibholz suchen. Erlaubnis an Bord zu kommen. Mach einfach den Acker hoch. Den hier. Okay, Ankel gelichtet. Hübsche Kanonen haben wir da. Danke. Die haben, glaube ich, Geld gekostet. Ich tue mal ein paar Kanonkugeln rein. Verbrandbomben. Du musst keine Kanonkugeln machen. Man kriegt normalerweise alles in den Instanz. Halt Seelenke ein bisschen weniger. Ich glaube, wir müssen dort hin. Nee, glaube ich nicht. Du kannst dich übrigens jetzt hinten auf dem Schiff mit F hinsetzen. Hinten auf dem Schiff? Hinten auf dem Dach, wenn du hoch springst. Den kann ich verankern geben. Ich bin von Bord. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nimm die Meerjungfrau. Da komme ich dann noch mit rein, oder? Ich weiß es nicht. Dann verpasse ich dann die Quest. Das ist ja ein bisschen blöd. Erstmal halten. Ich... ich wollte halten. Bei mir wird es gerade schwarz. Ja, da sind wir doch beide. Ah. Ich bin wieder an Bord. Sehr schön. Komm mal kurz hier hinten hoch. Oder entscheiden wir, wir müssen hier tatsächlich fliegeln. Ähm... Sekunde. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier wegkomme. Wie viel? Ah, hier. Wir haben uns einen Avalanche... Kindlich. Und leben, um zu erzählen zu erzählen. Auch besser. Elaine und ich haben endlich getrennt. Und alle unsere Freunde waren da auch. Ich glaube nicht, dass wir hier nie mehr waren. Jetzt müssen wir alles machen, ist, setz einen Kurs und beginn unseren Lieferung. Sälen auf dem See of Thieves. Können wir das Schiff entern? Das ist das Schiff von Gelberschiff. Das ist das Schiff von Gelberschiff. Ich glaube in Teil 3 muss das gewesen sein. Ich liebe es, die Sterne zu sehen. Kurs auf Monkey erinnert. Wir setzen glaube ich auch noch Teil 3 ein hier. Äh, Teil 3.1. Ich habe das Schiff von Gelberschiff. Ich bin in unserer Kurschiff. Elaine ist weg. Und am Ende meiner Kurschiff, der Chuck ist da, mir lachen. Das ist verrückt, ich weiß. Ich habe ihn gebeten, auf Monkey Island, aber... warum fühlt es so real? Ich kann fast hören, die Lachen. Das war schon mal eine sehr viel bessere Einstiegssequenz als bei dem Fluch der Karibik Ding. Aha. Erinnerst du dich nicht an diese ranzigen Band-Ansagen? Du meinst hier Death Man Tell... There's No Tears. Ja. 100 Mal nacheinander. Mhm. Und dann auch noch zusätzlich aus so einem... Reichsempfänger Ding, weil das... denn die Lautsprecher sind 50er nicht mehr ersetzt worden. Aber als ich zurückgekommen war, hatte ich einen sehr unterschiedlichen Traum. Ich war zurück, wo es alles begann. Auf meiner Reise, um ein legendärer Piraten zu werden. Zurück am Anfang, meiner sehr ersten Erinnerung. Aha. Oh, das Melee erinnert. Und das Intro. Und das Intro. Cool. Willkommen nach Montreal. Es ist schon sehr viel cooler als das letzte. Wenn du dich vorne an... auf die... ganz vorne hinstellst, dann kannst du... kannst du die ganze Insel sehen. Ich hab leider... ich hab leider das GameStar Review gesehen und ich weiß, dass man... im Desequenz hier steuert uns. Okay. Ich will nicht den Hafen beschädigen. Was tut man? Stolpern? Steuern. Okay. Man fährt hier tatsächlich. Das heißt, ich kann nicht einfach vorne hin, weil sonst beramme ich den Hafen. Was spricht denn dagegen? Prinzipiell erstmal nicht, außer... ich tue für das Spiel. Direkt um das Schiff zu kühlen. Wenn du noch ein bisschen nach rechts fährst, dann kann ich auf das... auf das Haus der Gewinnerin schießen. Warte. Ich hab ihnen doch mal Donnerbaum-Bombe geladen. Flugpampf. Verspende ruhig unsere... gute Munition. Na, man findet's oder so. immer. So, das kriege ich hin. Obwohl das Signalfeuer... sauber eingeparkt. Ich hab da mal ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Es ist sauber genug eingeparkt. Sagen wir mal so. Der hat mein Leck. Ich hab hier mal auf uns aufmerksam gemacht. Guck mal, da... da leuchtet ne rote... da leuchtet jetzt für den Rest des Abends. da ist ne rote... ne rote Brunz. So. Hier. Jetzt Anker. Anker schon. Ich habe sehr gut eingeparkt offensichtlich. Fantastisch. Auf zur Skamba. Okay, jetzt nehmen wir uns aber mal ein bisschen Zeit und erkunden erstmal... Oh, ich kann einen Deckel benutzen. Ich auch. Ich habe einen Deckel benutzt. Hübsch. Hübsch. Ich habe noch einen weiteren Deckel gefunden. Ah ja, Deckel. Ah, hier ist die Skamba. Die Skamba war doch woanders. Oh. Ich habe vier Spanische Dollar. Fünf Spanische Dollar. Fünf Spanische Dollar. Fantastisch. Und der Typ am Haken ist auch geil. Oh, das ist auch cool. Jawohl. So muss das. Ich looter. Woher ist dieser blasterten Kuck? My crew und ich sind gepackt und dreierer in der Bühne. Aha. Hey! Bleib deine schrecklichen Hände zu dir selbst! Ahoy da, Stranger! Neu in der Stadt? Ja, ich bin ein Pirat. Aber ich bin nicht ein Kapitel. Wahrscheinlich bin ich nicht. Wer ist der Chuck? Er war der Terror des Karibans. Oder nicht was? Wer? Ich bin nicht. 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 Das ist das für ein Ort. Das ist die stupide Frage, die ich noch gehört habe. Warum? Das ist die weltführenden Melee Island. Ich bin nicht. Danke. Würde sein. Dünnstern. Du hast, wenn ich dich nicht schlafen hätte. Brown, wo ich etwas Leben steigen hätte. Barsch? Wir haben heute eine riesige Zeit genommen. Ein Stranger könnte in diesem Pies-Suppe verloren werden. Oh, viele Pläne, um deine Pieschen von 8 Uhr zu spüren. Ich würde sagen, dass die meisten in dieser Zeit geschlossen werden. Außer vielleicht die Generalstelle. Die alten Skinflint. Wenn die gemischt waren und da hatten, dann müssen wir rein. Dann gibt es die alte Kälte. Die Kirche. Aber wenn du mich fragst, ist es keinem besser. Es ist ein sehr guter Pub. Warum nicht sitz für ihn? Mein Name ist Mancom Siepgut. Was, von wer? Nun, dass du hier bist, vielleicht nicht, wenn du genug bist. Groch sollte nicht sprudeln. Ist der Hund hier? Woflechak. Wo ist der Hund? Ja, das sind die 3 Piraten Kapitäne. Da gehen wir auch noch nicht hin. Ich setze mich hier erstmal. Oh, cool. Lobby nun freigeschaltet. Ich sitze hier mal. Wo kann ich einen Guck herkriegen? Ich bin keinem. Ich bin keinem. Ich bin keinem. Ich bin einem. Was? Ich bin einem. Ah, hier ist Grock. Lass mich weg. Ich bin zu faszinierend, Smalltalk. Faszinierend! Hm. Trinkt aus, Piraten. na was machst du so modi? sitz hier mit diesen zwei freundlichen piraten sieh doch aus wie ein mächtiger pirat ja mein kopf ist alle wirklich mehr davon oh hier ist der hund ein bisschen schwanklich auf den füßen bin hier in was reingeraten ah hier der hund die drei prüfungen müssen wir bestehen ich will zu dem füßen wo kriege ich meine helme? was ist denn hier ein bisschen zu klein für den piraten? wir sind nicht mehr in der schwarze waubewehrung Ich unterhalte mich hier mit dem Hund. Wer ist ein guter Hunger, Junge? Sagen die irgendwas, was man noch nicht kennt. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, wie man einen, dass man vielleicht auch manchmal auch Sequenzen hören sollte, aber... Ach... Wäre es vielleicht ein Anfang, wenn du nicht einfach irgendwo hinrenn würdest, sollen wir uns abstimmen, was wir machen? Ich will Grock bekommen. Ja, der ist hier. Das ist für Kittenstab nur. Der Koch lässt den Kunden nicht an die Tücher ran. Ja... Hey! Du solltest nicht hier zurückkommen. Ich rede gerade schon mit ihm. Warum darf ich nicht hier sein? Weil es sind die Regeln. Das ist das Grund. Künstler bleiben vorne, wo sie nicht alles machen können. Oh, ähm... Genau. Well... Ich glaube, du kannst nachher schauen. Aber nicht auf nichts. Ich versuche zu arbeiten auf eine... Signature Dich. Ah, ja. Ich will etwas... Fierig und hartig. Tough. Tender. Just like the legend of Monkey Island himself. Too bad, I'm still missing one of the ingredients. Ich glaube, ich nehme jetzt über eine Zutat zu bringen. Ähm... Meatsch auch. Wenn ich die Zeit finde, um das Fleisch zu sparen, das Fleisch zu sparen, das Fleisch zu sparen, und das spezielle Ingedient, wie ich gesagt habe. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt zum Gemischplan laden und müssen eine Uniform besorgen. So. Damit er denkt, wir sind sterblich. Was wüsste ich jetzt, weil wir sind zwei Personen. Äh, von der... von der... Uniform habe ich noch nichts gehört, aber gut. Ich kann euch da helfen. Ich habe gerade einen neuen Assistenten. Und sie sollten uns starten heute. Assuming, dass sie auf dem Weg sind. Ich weiß nicht, was der Delay ist allgemein. Ich hoffe, dass die Uniforme gemischt waren und eine Abzuhren. Ja genau, hier. Ich war noch nicht so weit. Natürlich ist es wichtig. Als schnell sie kommen. Alles klar. Ja, in der Barrel. Aber du denkst nicht, dass du dir einfach helfen kannst. Es ist die kostenlose, extra starken Gouverneurs Spezialreserve. Ich habe einen Batsch davon. Aber du brauchst einen starken... Weil es ist die... Okay, schade. Kein Kopf für mich. Komm mal ganz kurz rüber. Ich frage. Wollen wir ihn mitnehmen? Natürlich. Oh. Darf ich den nicht mitnehmen? Hey! Du brauchst einen starken Gouverneurs Spezialreserve. Er hat Arbeitszuhl, die Dinge. Wir können ihn nicht mitnehmen. Was ist mitnehmen? Ich liebe ihn mitnehmen. Ich liebe ihn mitnehmen. Ich liebe ihn mitnehmen. Ich bin Murray, der dämonischen Schäufer. Und alle Piraten hören meinen Namen und trinken. Pah! Du kämpfst deine Kuh. Wir sind immer noch ein Werkzeug in einer unserer Materie. Ich rede mal mit den beiden. We are the esteemed Skulls of Scum. Star, in the most disrepidical tavern on Maylay Island. Ja. Setz du dich mal hin. Trink mal einen Glock. Ich rede mal mit denen noch. Hab ich gedacht. Ich guck. Ich guck wie ich hier. Ausgleich mit dem Anruf zu können. Was hier. Ausgleich mit dem Anruf zu können. Ausgleich mit dem Anruf zu können. Die nehmen mich nicht schön alle mit. Tauchen die Uniform des Kochs. Ah ja. In all my centuries. I've never found a better place. To hang my head. Oh. Don't you dare start blubbering. You can be so embarrassing sometimes. Well maybe that holds true somewhere like the Sea of Thieves. But Pirates in Vs. Wie oft will man Sea of Thieves hier nennen? Ja. Wie oft kommen denn die Dialogen Sea of Thieves vor? Das sind tatsächlich nicht Missionen. Die können ja nicht. Ich versteh dich grad nicht, Morley. Dann mach das Spiel leise. Wir reden grade. Oder. Unperdruck in der Fall. Das war das. Das war das. Monke Island. If you ask me. He and his Misses are off on some grand adventure. And if you ask me. Threadwood's gotten himself locked in a closet somewhere. And good riddance. Just ignore him. If anyone knows how to meet the governor. It'll be that set of salty sea dogs over yonder. If you've yet to do so. You should not say hello. Glaub ich nicht. Riech an meinem Tisch. The way that they be. They've got their own pirate law nowadays. And his name is Governor Guybrush. Guybrush is jetzt Governor dieser Insel. Fantastisch. I told you not to use his name. It's clear. We're just in such a way. You'll have to forgive Murray. He and the governor had fallen out a while back. Something to do. We had missing arm. Missing? It was an act of theft and wanton dismemberment. And one day I shall exact my demonic vengeance. Of course. These gullible fools may think of him. But I am not deceived. I have spent years plotting my retribution. However, the customers and I have formed an eternal bomb. They will never let me leave. Not unless someone can provide a replacement. We have to find an exchange. We can take him with if we find an exchange. We have to find another tootsiegel and put him there. Then we can take him with. So it looks like. And a while. I have an achievement for the while. Okay. Okay. Wir müssen uns als Ersatz für den Schädel finden. Und die Koch-Uniform kaufen. Alles klar. Dann können wir den Leuten wahrscheinlich gekränkt geben. Dann können wir ihnen das Geld klauen. Und den Knochen vom Hund brauchen wir auch noch irgendwie. Ja. Stimmt. Ich angel jetzt erstmal und guck was es hier so für Fische gibt. Einen roten Hering. Natürlich gibt es einen roten Hering. Ja. Den werden wir brauchen. Falls wir mit dem Treue an der Brücke begegnen. Wo war die Angel? Ah, hier war die Angel. Und da haben wir den Schädel. habe ich wohl nicht gefangen weil mir noch nichts angewiesen Mama ich sehe nichts ich wollte versuchen zu Möwe zu kommen ich versuche gerade einen roten Hering zu holen dann tu das na komm verdammt oh doch rota hier hingefangen kann ich ihn in den Inventar stecken oder ja du musst einfach nur den Gegenstand wechseln den du hast nö kenne ich irgendwie nicht man kann mit dem tatsächlich nicht los cool haben wir schon den ersten Bug gefunden ich kann ihn essen du kannst ihn essen, ich kann ihn nicht essen okay ich hoffe wir müssen nicht kämpfen dann gehen wir mal hier lang ich muss gucken ob ich das dem Koch geben kann achso ja das wäre eine Möglichkeit er braucht ja eine Zutat ja wahrscheinlich sagt er uns dann auf den roten Hering gebrochen das heißt wir müssen jetzt du musst nicht zurück in den gemischt mal anladen damit wir den Fisch loswerden können ich habe meinen Tö... ich habe meinen Tö... du kannst dir den Ritz den Fisch hier in den Krug werfen du kannst das in die Suppe tun Mordi in die Suppe Mordi in die Suppe Mordi in die Suppe mordi ich weiß nicht auch hier ist mein Account für Kofor sorry sorry these items here they're display models not for hey it's not my fault these Legend of Monkey Island action figures are hot property my latest shipment got sunk down at the docks just as it arrived oh Dann brauchst du einen exklusiven Legend von Monkey Island Meet & Greet Ticket, einer von denen ich gerade so habe, nur eine in der Existenz. Aber ich kann sagen, nur indem ich dich schaue, dass du nicht so eine solche Artikel abführen kannst. Warte mal, wir haben Meet & Greet Tickets. Warte mal, wir haben Meet & Greet Tickets. Warte mal, wir müssen dem Sende verlorene Fracht geben, dann gibt uns ein Tickets. Oh, Moment. Schreibt jetzt mal auf die To-Do-Liste. Eine verlorene Fracht muss man finden. Und hier sind die drei Piraten. Und mit unmoralischem Anreden. Oh, diese verloren Pädchen! Mit welchen? Ich kann es nicht helfen. Es ist nur etwas über diese Leute, das mich aufrechtert. Ja, okay, die geben nur Tipps. Mhm. Okay, die hatten damals irgendwie einen Hund, aber jetzt schon mal nicht mehr. Wache des Ladens. Das ist hier der Laden von Valley. Und von dem Karten-Typos Teil 2. Und hier ist der Voodoo Shop, wo wir noch nicht rein können. Schade. Die Voodoo Lady hat hier ihre Namen. Ja. Und hier ist der gemischt Warenladen. Wenn wir hier rein wollen. Wir brauchen auch einen Uhrenturm-Schlüssel. Uhrenturm ist hier. Ja. Ja, da können wir rein. Hier. Wo können wir rein? Wenn du mal in zwei Sekunden nicht irgendwo hinrennen würdest, würdest du es sehen. Dreh ich um. Ich bin beim gemischt Warenladen. Ach, hier. Hier. Uhrenturm-Schlüssel brauchen wir. Dann können wir rein. Ja, vielleicht finden wir den im gemischt Warenladen. Vermutlich nicht. Es gibt vieles im gemischt Warenladen. Ich habe die Tür geöffnet. Geh hinein. Kochuniform. Die sollte man mal kaufen. Das ist eine spezielle Ordnung. Eine Art Kochuniform für die... Lass diesen Gegenstand nicht leisten. Können wir ihn vielleicht mal fragen, ob er zur Schwerpmeisterung gehen kann. Ich habe ihn einfach geklaut. Hast du geklaut? Geld ist immer Geld, egal was ich. Besonders, du hast keine Ahnung, wie viele Stahl da war. Daher. Das ist niemand anderes. Was verkaufst du denn? Alle meine Wehrs sind hier auf dem Display. Sicher für die Reservative. Phil, du denkst nicht, korrekt... Und bevor du... Wir müssen ihn irgendwie ausrauben, das ist die Mission. Find mir ein bisschen Silber. Ein tolles Mal. Aber ich... Den Tausch an den wir da nicht haben. Äh... Wir... Also für das Achievement müssen wir das tatsächlich kaufen. Schönes Job, das Fahrzeug aufbauen. Ja, aber was verkauft er denn? Viel Zeug. Viel Zeug. Versuch mal die, äh... Was soll ich glauben? Ja, das ist schön. Das hier ist aber ein anderes Spiel. Das ist nicht nur 100% irgendwelche Anspielungen. Hier gab es einen Tresor. Ja, hier ist ein Tresor. Oh, das ist Gummihohn. He, Gummihohn mit Flaschenzug in der Mitte. Das brauchen wir. Das ist Modell an der famous Contraption, die benutzt von der Legend von Monkei. He, he, he. Soll das jetzt auch. Schade, das können wir nicht mitnehmen. Oh, das heißt wir werden jetzt erstmal... Dinge tun zum Geldverdienen, nehme ich an. Das ist eine spezielle Ordnung. 45 Spanische Dollar. Da haben wir doch in der Scamba schon welche gefunden. Das heißt wir müssen hier irgendwann einmal... Ja, wir haben jetzt... Ich weiß leider nicht, wo die angezeigt werden. Müssen die mal suchen. In der Seitengasse. Oh. Hier ist ein Pirat gespielt. Hier ist der Pirat. Der Walt. Jetzt da geht's. Okay. Jetzt hat er Hunde. Kannst du ihm den Sack mal abnehmen, oder? Das ist ein Geist. 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 Und setz dich auf das Fass. Ich war da schon. Ah, du hast die Sequenz gehabt. Wenns denn mal in die Kirche gucken. Hier. Da haben wir Geld. Oh. 3. Wie viel haben wir dann jetzt schon? Ich weiß es nicht. Wenn du rausfindest, wo sie angezeigt werden, dann wäre cool. Ich gehe mal in die Kirche. Moment. Ja, außerdem, hier hast du Geld fliegen lassen. Hier oben werden sie angezeigt, glaube ich. 50 müssten wir jetzt haben. Wo werden die angezeigt? Wo ist hier oben? Oben im Menü, finde ich ja. Ähm, Tabulator. Ich glaube, da werden oben die... Nein, das sind 100 von der Echtgeldwährung, 30 von der Storywährung und 100 und 1000 noch was von Gold. Ich bin mal in der Kirche. Ja, ich auch. Liegt hier irgendwo Geld rum? Moment. Spanisch Dollar. Ich habe ein bisschen einen Spanisch Dollar gefunden. Einen spanischen Dollar. Ich habe keine Ahnung, wo man herausfindet, wie viel Geld man hat. Ah, ja. Hier im Knast vielleicht. Ah. Der gute Alter, oh, Otis. Ein kleines Missverständnis, man kennt's. Ich kam in ein bisschen zu schnell und habe das Jetty auf ziemlich schlecht. Aber es war nicht meine Schuld. Hast du nie versucht, eine Galleon-Krude enttäuscht von Monkeen? Sie haben meine Banane ausgelassen und mich verlassen, um die Blame zu nehmen. Sicher haben. Aber es ist okay. Ich bin gut mit der Legend der Monkeen-Island. Ich war sogar auf seiner Crew. Ich bin sicher, dass er lange zu leten mir rauskommt. Just als er hat er sich fertig ist, ist es wichtig, äh, you know, governor's stuff. Yep, anytime now. Und es ist nicht wie ich alleine diese Zeit. Captain Coco und ich, ich bin einer anderen Firma. Wenn er nicht mich zu sprechen, er hätte sich verloren hat. By jetzt. Mhm. Where? Oh, no. Das ist Captain Coco. Er war mein erstes Freund auf unserer Reise zurück aus Mo... Hallo! Oh, es ist einfach. Und wir... Hey! Ja, ja. Das wäre großartig. Ich weiß nicht, Otis... Den müssen wir irgendwie aus dem Gefängnis befreien, Mordi. Ja, den muss man immer befreien. Das ist eine große Idee. Oh, Schocks! Du sagst, dann... Good luck! Wir befreien wir ihn jetzt. Ein rostiger Schlüssel. Wir brauchen mal einen Schlüssel. Oder etwas Kleines zumindest. Etwas Kleines könnte hineinpassen. Und dann brauchen wir irgendwas Kleines. Hier können wir nicht durch. Offensichtlich nicht. Äh, können wir irgendwie auf den Berg hoch? Ja, du und der Gouverneur-Mansion ist auf den Grenzen. Wenn du mir etwas zeigen kannst, was du erwartet hast... Ja, wir brauchen wahrscheinlich ein Meeting-Greed-Ticket, um da lang zu kommen. Ja, ja, das ist das finale Ziel von dem ganzen Level. So, Münzen sammeln und dann zum... ... zum Shopbesitzer zurück. Ah, hallo da! Fatsche Pansche! Das ist eine spezielle Ordnung. Ich kann's mir immer noch nicht leisten. Ich kann's mir immer noch nicht leisten. Ich hab' der bei sich oben hier... ... irgendwo noch Münzen umliegen. Das ist das Rubber-Chicken mit einem H-Modell. Das ist das Rubber-Chicken mit einem H-Modell. So, dann suchen wir mal. Wäre ich hier irgendwo? Nö. Ich glaub' mit der Seite von der Insel sind wir fertig. Wir sollten mal wirklich gucken, ob wir zum Aussichtsturm kommen. Wir sollen irgendwo Baustellen sein. Mit Werkzeugen. Jetzt zum Aussichtsplattformen geht's hier lang. Hier nicht. Ja, offensichtlich nicht, ne? Hier ist ne Kiste noch zu. Ah, das ist... Das ist ein bisschen Geld drin gewesen. Hier sparen Schnöder. So, da hinten. Folge mir. Hier. Ich guck mir erstmal die Sequenz an für das Achievement hier. Einen Spanischen Dollar hab' ich gefunden. Wo bist du? Wo sitzt denn die Sequenz? Hier. Hier. Hier ist gut. Umdrehen. Achso. Es ist nicht so sanmlich schwer. Es sind immer Fässer, auf die man rauf muss. Hoho, ich erinnere mich meine erste Besuch zu der Skumbar. Es war neulich, schuldig und ich fühlte sofort, als ob ich in mortalem Gefahr war. Das Kind von Platz, in dem ich immer wollte, um zu sein. Ah, hier ist noch mal eins. Oder? Ja. Da drüben geht's zum... ...bastellen soll. Ahja. Voll genial. Das sind zehn Erinnerungsdinger, die man finden kann. Hier ist kein Geld drin. Hier kommt man nicht rein. Hier geht's hoch. Die Leiter benutzen. Man kann die Leiter benutzen hier. Oh, noch nicht. Oh, hier kann man den Schatz, äh, suchen. Den Schatz? Welchen Schatz? Ja, dreh dich einfach mal um vielleicht. Wenn du mit Leuten spielst, dann sollst du vielleicht auch auf andere achten. Au. Hier ist ein Schatz. Ja, das hat... Das ist nicht so ein M.H. Ah, da hinten. Aha. Äh, geh... Geh vielleicht mal hoch. Okay, und hoch? Äh, geh an diesen Hebel. Nein. Warum springst du runter? Ich hab gesagt, geh in diesen Hebel. Ich hab gerutscht. Wir waren in den Hebel. Ähm. Was willst du hier? Vielleicht die eine Quest machen, weil hier unten ist eine Kiste, die man hochheben kann. Ich sehe da keine Kiste, aber okay. Ja, das hat nur den Wasser, weil hier unten sieht man sie. Das heißt, du kannst das Ding ausrichten. Guck mal, dass der Haken genau über meinen Kopf ist. Wo ist dein Kopf? Weiter, 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 jetzt. So. Ja. Guck mal, ob du es irgendwie ablassen kannst. Oder ist das hier... Wahrscheinlich ist das hier unten. Nicht wirklich. Lass es aber mal in der Position. Wir sehen dann gleich. Ja, tatsächlich. Hm. Ach so, so du kannst das. Interessant. Vielleicht gibt's dir Geld. Und hoch damit. Würde ich gerne. Bei mir reagiert hier nichts mehr. Ah, deshalb. Wir müssen es aber erstmal loswerden. So. Jetzt kannst du es hochziehen. Genau. Und du... Ich geh hoch. Moment. Ich richte es auf den Steg aus. Ja. Lass los. Jetzt müsste es anders sein. Ja. Werkzeuge nötig um die Frachtkisten zu öffnen. Ja, aber zumindest haben wir sie schon mal. Jetzt brauchen wir Werkzeuge. Ja, da hieß es, die sind an irgendeiner Baustelle. Hier geht's hoch. Ja, gehen wir erstmal hoch. Guck auf den Weg nach Geld. Ja, da hieß es. Ja. Da hieß es, die sind an irgendeiner Baustelle. Ja. Ja, da hieß es. Ich hab' mal ein bisschen ausgedacht. Okay, jetzt hieß es. Ja, da hieß es, die sind an irgendeine Baustelle. Ja, da ist es, die sind an irgendeiner Baustelle. Das ist ein ganz schöner Weg hier. Ja gut, so kennt man den Weg ja auch. Nö. In Monkey Island gab es dann einen Black Screen und dann war man oben. Ja, aber man hat ihn von außen gesehen. Das ist ein ganz schöner Weg. Ja. Hallo. Oh, der Zirkus. Der Blinder, der Blinder, Ausguck. Ich spreche gerade mit ihm. Ja, ich gucke mir gerade den Zirkus an und sich nicht mehr stattdessen. Ich habe gehört, den kann man nicht erreichen. Okay, der kuckt jetzt gerade noch auf dem Schiff. Gibt es hier irgendwo Geld? Ja. Ich kann mir Platz nehmen. Oder das Geld bekommen. Wie viel Geld war das? Wir sollten mal schauen, ob wir das Geld schon haben. Wo hast du den Zirkus gesehen? Hm? Wo hast du den Zirkus gesehen? Andere Seite. Wo hast du den Zirkus gesehen? Wo hast du den Zirkus gesehen? Oh, das könnte seriös sein. Hier hinten. Das ist kein Zirkus. Hier. Dann guckst du einmal nach unten, dann siehst du ihn. Dann mal runter mit uns. Stimmt. Wir sind ja in dem 3D-Spiel. Ich gehe mal wieder runter, oder? Da hast du hier oben noch was zu... Nö. Hier steht man. Wir könnten mal gucken, ob wir... Wir könnten mal gucken, ob wir irgendwie die... Ob wir das Geld schon zusammen haben. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal... Lassen wir uns nochmal angucken. Aber wir könnten uns durchaus schon zusammen haben. Was haben wir denn hier? Naja, egal. Keine Ahnung. Ich habe mich hier runter. Ich falle einfach den Weg. Moment. Hebe mich da unten einfach auf. Wenn ich dich finde. Ich... Ich spawne kurz. Ich lauf den Weg. Oh, schöner Ausblick. Du läufst da unten irgendwo lang. Ja, ich bin schon fast im Laden. Dann sag mal Bescheid, ob du es schon hast. Ich nehme den sicheren Weg. Nein. Haben wir noch nicht. Da müssen wir nochmal nach Geld gucken. Und nach Werkzeugen. Nächst in der Truhe auch noch irgendwas drin. Vielleicht liegt in der Scamba noch was. Soll ich den Hammer nehmen oder kommst du? Warte, ich komme. Ich bin gerade in der Scamba. Warum? Da müssen wir jetzt gar nicht hin. Oh, und hier können wir auch mal Platz nehmen. Oh, und hier können wir auch mal Platz nehmen. Ja, hier kann man sich setzen, hier ist der Hammer. Setz dich einmal und ich geh schonmal zur Kiste. Du hast zu viel Probleme und du kannst in der Präsenz enden. Es ist nicht viel zu tun hier, außer die Raten. Mein Freund Otis scheint, dass hier viel Zeit hier drüben ist. Los, lass uns Gisten öffnen. Oh, hier kann man sich auch nochmal setzen. Gibt's noch einen Monolog von Gelbosch. Das ist wohl ein langer Monolog. Hm? Das Unfriendly Charakter handelt ein paar Unsavory Deals auf Nehli Island. Und er ist ein sehr guter Typ. Ich weiß, wo er das Fancy Coat hat. Ich weiß, wo er das Fancy Coat hat. Du bist aber da drüben. Ja. Welches ist unter Wasser noch Geld? Das ist nur gute Idee. Ich hab tatsächlich deswegen gerade geguckt. Und wenn ich wissen wollte, ob da irgendwas ist. du hast den hammer her ja ich komme ja schon jetzt ist da genug geld von liefern notiz bitte wieder ab ich habe nicht die notiz lesen können ich weiß nicht ob ich das kann ich so liefern notiz wenn die bürger familie eine wie bringen wir das jetzt ich weiß es nicht hatte irgendwer was man verloren gesagt ja das war der welcher der mit dem holz figürchen ach stimmt ja war nur ohne fracht der seitengassen typ hier I will be passageen I will be passageen Wolfi Okay, wir haben diesen Greed-Tickets. Dann können wir vielleicht schon weiter. Dann gehen wir doch mal. Eintrittskartus für mich sind die Greeds. Warum? Let me see that. Seems genuine. There. The Governor's Mansion. If you can't show me something to put... Dann brauchen wir jetzt den Wohnturmschlüssel. Die O steht still und steht immer auf kurz vor... Ja, also brauchen wir den Wohnturmschlüssel. Kurz vor zwölf steht so. Damit wir das reparieren können. Ja, und wo kriegen wir den her? Ich hab keine Ahnung. Kriegt er den Schlüssel? Nein, hat er nicht. Eine Figur von... ...Geldwaschen von Ideen. Dann suchen wir mal die Schlüssel. Eine Kirche vielleicht. Vielleicht haben wir gemischt mit dem Händler. Wenn ich wieder mit irgendeiner Quest zusammenhänge. Ahoy da, fancy pants. Das ist eine spezielle Ordnung. Ich frage mal kurz die Komplettlösung. Moment, die steht ja hier drüben. So, wer von euch hat die Tipps? Das hier ist keins. Hatte nicht der Hund in Monkey Alert einen Schlüssel? Der hat einen Knochen, aber... Hatte nicht auch einen Schlüssel? Alles klar, ich weiß wo. Wo? Der Hund? Wo ist das Gamba? Na doch, der Hund. Was? Nein, irgendein Typ der einschläft. Ja, der Typ der einschläft. Und nun? Der hat aber keinen Schlüssel. Kommt, um die Uhrenschlüsse zu stehlen. Hier. Herzlich. 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 Ich mach mal Geld. Gegenstand benötigt die Tür zu öffnen. Mhm. Ja, gut. Geld. Liegt Geld rum. Ja, das können wir aber nicht nehmen. Sicher, dass wir das nicht stehen können? Ah, hier. Das hier. Oh, Moment. Wind hat gerade das Fenster zugemacht. Okay, wir müssen das tatsächlich einfach nur Geld suchen, irgendwo. Wo waren wir denn noch nicht? Das ist so ein Mist. Könnten wir versuchen, abzulenken, irgendwie, damit wir irgendwann Geld klauen können. Wer, wo? Der Typ, ja. Wie, wie lenken wir den ab? Wie kann ich mit ihm reden? Währenddessen kannst du das klauen. Versuch mal. Es muss im Singleplayer möglich sein. Das heißt, in Partiziden sind keine Möglichkeit. Hm. Da habe ich keine Idee. Da müssen wir ihm irgendwie Gruck geben. Aber Gruck haben wir nicht. Hm. Man kann das halt nur hier zerspielen. So, verdienen wir Geld. Wer will, der will irgendwas von Koch und der Koch macht nichts, wenn wir hier nicht arbeiten. Das heißt, wir brauchen wirklich diese scheiß Uniform und ich habe keine Ahnung, wie wir an die Uniform rankommen sollen. Das heißt, wir haben drei Komplettlösungen, die da hinten rumstehen. Ich frag mal eben nach Geld. Hm. Mach das. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo noch Geld finde. Mach das. Okay, hier ist kein Geld. Vielleicht am Boden. Wir haben auch noch die Möglichkeit, irgendwas mit den Hunden zu tun. Also mit denen da in dem Eck damit wir seine Münzen klauen können. Okay. Das wäre ein Versuch wert. Wir brauchen was zu essen. Wir könnten es mal mit dem Flüchtlinge voll verangelt haben versuchen. Ja, einer liegt noch auf dem Boden. Holst du ihn kurz, oder? Ja, mach ich. Sekunde. Gut, dann lass ich mir mal weiter Tipps geben. Bei dem... ... die wir Ansätze haben. Der liegt neben dem Koch. Ist vielleicht ein bisschen staubiger. Und die Hunde wollen den Fisch haben, oder? Vielleicht. Der rote Hering ist eindeutig für was anderes. Egal. Der war eindeutig eine Zutat für das Rezept. Den habe ich ins Kochtopf geworfen. Dann... Liegt auch noch Fleisch auf dem... ... beim Koch dort neben. Die Hunde dort in der Gasse neben der Kirche, oder? Wie meinst du? Hm? Die Hunde in der Gasse dort. Ja, genau. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Eventuell. Falsche Gasse. Die Hunde und die Hunde... ... und die Hunde... ... und sie müssen von mir sein. Nein, ich kann nichts reinwerfen. Dann müssen wir wahrscheinlich den... ... den... ... das Fleisch aus der Küche reinwerfen. Das kriegen wir erstmal mit dabei sein. Drei, Schnappen, du... ... Steven Pirate Wannabe. Die Hunde verbringen eine Hunde in die Tone. Hey, wir müssen da das Fleisch. Die Hunde kriegen das Fleisch. Aus der Küche. Aber das Fleisch aus der Küche kriegen wir erstmal. Nee, das Fleisch ist für den Hund mit dem Knochen. Die kriegen hier die... ... Schwartzpulver-Dinger. Die Hunde brauchen aber angeboten. Das sind die Hunde von der Gouverneurin. Die waren bei dem Gouverneurenhaus. Die muss man mit einem... ... mit einem vergifteten... ... Fleischstück ruhig legen. ... deswegen... ... da musst du das Fleisch aus der Küche nehmen und du musst dann... ... aber das Fleisch kommt erst dran, wenn wir Geld haben für die hier. Dann müssen wir erstmal die Ausrüstung und die Hunde bekommen. Die Hunde brauchen aber angeblich irgendwas scharfes, das heißt... ... ja, scharfes... ... scharfes Fleisch. ... aus der Küche. Nein, hör doch mit dem Fleisch auf. Du bist festgefallen. Hallo da, Fatschi-Fatschi. Wo findet man sonst noch was? Ich versuch mal von den anderen Typen hier was zu erwecken. Hier ist noch Münzen. Zum Spannsteller. Die könnte es gewesen sein. Hier ist noch ein Spannsteller. Hier in dem ganzen Bereich hier, oder? Ja. Ich kann es mir aber auch nicht leisten. Hier wollen wahrscheinlich alles Geld, was es im Spiel gibt. Müssen wir uns wohl noch ein bisschen umgucken. Oh, die wir googeln meine Koppel-Lösung. Können wir vielleicht den Typ aus dem Kast holen? Geht das so irgendwie was Kleines? Es geht bestimmt viel und ich will keine Komplett-Lösung benutzen für jeden Scheiß. Hm. Hast du eine Idee? Hier ist nichts. Ah, hier liegt noch ein Dollar. In der Küche. Und noch einer. Wir können es uns leisten. Ja, weil ich gerade zwei Dollar geholt habe. Ja, exakt. In der Küche lang so. Ja, ich hab's schon. Na dann. Du weißt, wo wir hin müssen. Moment, Moment. Nein, nein, nein. Wir müssen jetzt erstmal hier in die Kleidungstour gehen. Du musst die Uniform zu dem Ding abgeben. Ein Kostüm. Ein Kostüm und... Kostüm. Sieht doch überzeugend aus, oder? Äh. Und der Kostüm. Und die Form des Kochs meinst du? Müssen anziehen. Ja. Na toll. Und jetzt haben wir eine Stange ja neue Möglichkeiten. Und wir haben eine neue Möglichkeit. Nein, jetzt können wir in die Küche und jetzt können wir in der Küche Sachen machen. Das heißt, wir können das Fleisch für den Hund holen, oder für die Hunde und dann den Rest. Und wir können Grock holen. Oh, so you've finally decided to show up, huh? Ups, ich hab die Krent schon gefiggert. Warte, ich hol mal. Ich kümmere Grock. Du wirst der Typ, der Durstiger. Warte, ich hab vielleicht den Schlüssel. Ja, wir müssen den zum Einschlafen bringen. Also ganz viel Grock reingießen. Extra starke Grock. Na los, trink. Wir müssen ihn besoffen machen. Oh, er schläft. Ich hab den Schlüssel. Ja, und ich hol uns Geld. Moment. Ich geh mal den Uhrenturm öffnen. Und er schläft. Fünfund. Ja, typisch. Ja. Natürlich, den Fünfund. Der hatte genau das Geld, was wir gebraucht hätten. Ja. Das ist typisch Monkey Island. Ich bin schon mal beim Uhrenturm. Ich gieße den Typ mir noch ein, um Geld zu stellen. Der hat wahrscheinlich dann alles andere an Geld. Soll ich schon mal hochgehen, oder? Nein, nein, nein. Ich warte hier. Moment. Die Uhr ist offen. Es ist gut. Ich versuche hier wirklich noch den Typen abzufüllen. Ich warte auf dich. Und er schläft. Oh. 35 Spannest Dollar. Hier drinnen im Uhrenturm gibt es auch nochmal 35 Dollar. Nein, die habe ich gerade geholt. Achso. Na, dann mach hin. Ich glaube, ich wollte einen Apfel, nein. Gut. Nimm das Fleischmütz. Moment. Ich riskiere es erstmal und trinke mal selbst einen Schluck. Wollte ich nachher machen. Ich will wissen, was es tut. Nimm das Fleischmütz. Dann müssen wir nicht nochmal laufen. Ich hole das Fleisch. Es liegt beim Koch auf dem Tisch. Ja, ich hob den Batzen Fleisch. So. Oh Gott. Ist das Fleisch zu schwer, oder? Ich rede gerade noch kurz mit dem Hund. So. Wurschlechak. Oh Gott. Ja, okay. Der extra starke Grog ist extra stark. Ja. Was hast du gedacht? Scheiße. Schaffst du es? Ich kotze auf das Fleisch, aber ansonsten. Ja, du musst ja ein bisschen ja auch durch die Hunde kriegen. Ja du, ich navigiere vielleicht eventuell durch die Stadt. Das ist auch der Grog, der für den gelben Bosch vier Tassen gebraucht hat. Und der sich durch die Tassen gefressen hat. Ich gehe zu den Hunden. Ich gehe schon mal auf den U-Turm. Nein, ich will auch das Rätsel sehen. Du bist ein Junge. Außerdem will ich deine Idee gerade umsetzen. Schaffst das doch gar nicht. Doch, ich bin da. Vielleicht müssen wir es noch nutzen. Ja komm. Dann liegt es schon mal da. Ich muss das nochmal scharf gewürzt werden. Also das hier bringt nichts. Dann müssen wir irgendwo ein scharfer Witz. Ja, dann ist es einfach der Fischeintopf, den wir brauchen. Ich leg das Ding jetzt ab. Und du musst das in die Suppe werfen. Wahrscheinlich. Das Rezept steht da. Wir machen jetzt erstmal den Turm. So. Ich hoffe, ich komme durch die Tür irgendwie. Na komm. So, hier geht es so. Na jetzt müssen wir die Uhr stellen. An dem Rad hier. Gibt es eben. Sie sehen Schatten. Kann man auch Dinge tun hier? Tja. Oh, der Mechanismus klemmt. Es steckt ein Knochen darin. So ein Zwölf soll es sein. Ja. Richter Arm des Skeletts. Minkau am des Skeletts. Okay, wo hast du ein Skeletts gefunden? Es steckte im Uhrenturm. Aha. Also der Arm steckte. Warte gleich um zwölf. Wenn wir Glück haben, können wir mit dem Arm den Schädel ersetzen. Und dann können wir... Yes. So, jetzt runter. Aufzugleibarsch. Das Fleisch muss einbücheln in die Suppe. Ja gut, wir gehen jetzt erst mal. Hopp. Das ist klar. Und woher denkst du, dass du gehst? Oh ja. Lass mich... Äh... Sieht so genügend. Da. Ich habe dich in die nächste Session. Komm zurück und sprich. Was die... Äh... Äh... Ich kann dich nicht durchlaufen. Weil sie... Sorry, aber bis ich mich verflüge... Okay, wir müssen den Ablösung holen. Die ormitelle Ablösung. Gut, das heißt... Kochrezept. Wo habe ich den Skelettarm hin? Der wird noch nützlich sein irgendwann. Wo hast du das Fleisch hingetan? Na hier. In der Gasse neben den Hunden. Ein Batzenfleisch. Ein Batzenfleisch, genau. Ich glaube, ich werde es mal in die Suppe betrunken. So war es, glaube ich, mit meinem Gerland. Wo ich mich richtig dran ändere. Möglich. Also wir werden es gleich rausfinden. Was, noch irgendwelche andere Zutaten? Irgendwo? Ich habe mir das Rezept noch nicht angeguckt. Aber ich will jetzt wissen, ob wir... Äh... Den rechten Arm gegen den Schädel eintauschen können. Ich lege mal ein... Ein Tartes Stück Fleisch. Ist drin. Eine Blume brauchen wir. Scheibe Lauch. Eine gewürfelte Zwiebel. Warte. Frisch gefangene roter Hering ist drin. Fein geschnittener Lauch. Lauch ist auch drin. Malzbier-Streube. Zwiebel hast du gesagt, Würfel, Zwiebel. Ich würfel eine Zwiebel, Moment. Tu sie mal rein. Was fehlt noch? Alles. Ein Stück Fleisch. Ein Beutel. Und dann eine Blume. Malzbier-Streuze. Zwiebel haben wir schon. Roter Hering haben wir drin. Lauch haben wir auch drin. Malzbier-Streuze brauchen wir noch von einem Hundtoten. Die habe ich gerade rein. Und dann brauchst du noch eine Blume. Diese komische Blume da. Du bist Experte. Wo hat man die herbekommen? Ah, direkt hier. Keine Ahnung. Sehr schön. Das Fleisch ist jetzt richtig... Das brauchen wir halt. Warum nicht? Das ist jetzt das vergiftete Fleisch. Moment. Küchenschlüssel. Wichtig. Sehr, sehr wichtige Dinge. Gibt es den hier irgendwo? Hier ist keine Remover. Ah doch, hier. Das ist ein... Fisch. Hier hätten wir angeln können. Aha. Okay. Ich gucke mal, ob es hier andere Fische gibt. Ich gehe schon mal. Ja, wie vergiftetes Fleisch. Für die Hunde. Ja, ist ja gut. Ich will es mir auch angucken. Dann komm. Außerdem mögen die Hunde scheinbar scharfes Essen. Das Boot zählt immer noch. So muss das sein. Bist du da? So, reingehe. Ich bin da. Das ist vielleicht die Ablösung dann. Vielleicht ist es ja die Ablösung, ja. Oh nein. Oh oh. Ich habe dir gesagt, du musst nicht anfangen. Geh zurück in die Kugel. Oh, die Gummis für das Wasser. Die Hunde sind jetzt das Problem der Stadt. Ich weiß es nicht. Kannst du dich essen? Nö. Vielleicht kann ich sie dem Echter noch geben. Vielleicht ja, die brennen auf jeden Fall irgendwas durch. Oh, das können wir noch benutzen, um die Schlösser zu öffnen. Dachte ich mir auch gerade. Rechter Arm des Skeletts. Warte, ich kann es machen. Warte. Kommst du her? Nein, nein, warte, warte. Ich hole den rechten Arm des Skeletts. Ich habe zwei davon, die passen hier rein. Hier ist auch noch ein bisschen... Hier ist auch noch ein Arm vom Skelett. Ja, okay, cool. Dann warte kurz, bis ich da bin. Und dann machen wir das zusammen. Hier gibt es noch Teile von... Oh Gott, dann ist er die Ablösung. Ist das sämlich. Na komm. Hier gibt es den Rest. Ich bin noch schon unterwegs. Was, wir brauchen einen Schädel und den kriegen wir... Ich habe jetzt erstmal dem Skelett den Arm angeklebt. Jetzt können wir das Schloss machen. Hier ist der rechte Arm. Dann. Let's go. Ich probiere mal. Ich gebe zu schlossen, man könnte etwas Dünnes reinstecken. Hm. Das hat wohl noch nicht geklappt. Habe ich auch schon versucht. Oh, Moment. Was? Na, er gibt doch keine Tippschade. Vielleicht geben die Typen dort Tipps die Komplettlösung. Ich weiß nicht. Die Sprengdinger waren eigentlich schon ein guter Tipp. Aber ich kann mal fragen. Hm. Liegt eine Lampe am Boden? Oh, eine Lampe. Was für eine Lampe? Wo? Wie? Ich habe doch eine Lampe im Inventar. Du brauchst Hilfe? Das ist nichts Neues. Äh, was für eine Lampe? Wie kommt es auf eine Lampe? Nee, bringt nichts. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. So, nur. Oh, Moment. Ich habe eine Idee. Hier stehen... Ich lasse nur ein Kaufen. Ich habe die Lösung. Oh. Hier steht auch noch ein Mod-O-Kocktail. Also. Das ist gut. Wir werden wahrscheinlich dann kämpfen müssen. Ich habe gerade einfach ein bisschen unser Geld ausgegeben. Ah ja. Dann mach mal. Laterne nötig. Aha. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Wo? Wo do my dogs den? Ich hätte den hier. Hast du hier einen Schädel? Welches ist Captain Coco der Ersatzschädel? Ich glaube auch. Ich habe einen Schädel in einem Schädel. Hey, genug mit der Schädel! Ich habe das ganze Zeit geschlossen, nur um schädel zu holen. Ich möchte einen Schädel. Und ich möchte einen Schädel verkaufen, in einem Schädel zu verkaufen. Hey, das ist schädel. Du bist schädel. Du wißt du was? Gut. Bleib hier und du deinen Schädel in der Schädel. Ich hoffe, dass es dich glücklich macht. Ich bin wirklich... Ich hoffe, dass wir Freunde sind. Ah, hier. Ich habe schon eine Idee, was wir damit machen können. Äh, ja. Eine Sache, wir müssen für ein Achievement einmal Murray durch die komplette Insel bringen. Okay. Das machen wir kurz, oder? Ist ja nicht so groß. Ich weiß nicht, ob wir das können. Na gut, ausguck. Bar und so weiter halt, ne? Ja. Hoffentlich klappt das auch. Ah, es klappt. Ich hatte mal weh. Ich war einfach nur komfortabel. Obwohl... Wenn das geht um zu Thrygwood, ich bin in. Ich habe einen Schaden, um zu zutaten. Aber erstens, ich brauche eine Art von Körper. Der Quatsch ist ziemlich laut. Auf jeden Fall. Ein großartiges Körper. Wichtig, dass meine verrückenden, dämonischen Beinigung auf einer neuen Kampagne von Terror und Destruktion. Der auf der Bank wäre über die Insel. Oh, jetzt kann ich da nicht mehr. Darf ich schatten, wie wir die reden? Er ist fertig mit reden. Aktiv mit ihm reden kannst du nicht, oder? Nicht wirklich. Bring ihn mal zum Ausguck. Bring ihn mal zum Ausguck. Ich kann ihn dir zeigen. Ich kann dir einen Arm geben. Den setzen wir dann wahrscheinlich gleich dem anderen Piraten auf und dann... Sag mal, ist das bei dir die Stimme im Hintergrund? Ja, leider schon, weil natürlich nicht gedacht wird... Oh, da ist gerade... Da sind gerade Sachen, die stattfinden. Oh, jetzt kommen einfach mal Gäste vorbei. Oh, ja. Ah, ja. Muss natürlich immer ausgerechnet dann sein. War nicht dein Motiv? Wie geht es eigentlich Maudis Mutter? Wie geht es deiner Mutter? Wie geht es denn? Wie geht es denn? Das ist mir jetzt mittlerweile schon egal. Das war der Podcast. Da musste ich einen Podcast fragen. Das war der Podcast-Geg. Oh, oh. Bist du gefallen? Fast. Ah, so eine wundervolle Sicht des meines zukünftigen Dämonischen Empire. Der Feuer, die endlichste, brennende Flamme der Verletzung. Oder ob wir dann durchtauschen müssen, immer wieder, im Moment. Soll ich schon mal runter, oder? Auf einen Turs von Norden der Stadt. Dann gehen wir mal wieder runter. Ich mach mich mal wieder runter. Und dann zeigen wir ihm noch die Kirche. Und die Bestwarenladen und so. Wie gehen wir mal hin? In der Skamba war der ja schon oft genug. Wir haben ja Zeit. Da liegt grad ein Arm auf dem Weg, Moment. Nimm ihn mit. Muss ich, musst du kurz respawnen. Ich bin gefallen. Ich nehm den langen. Dann bin ich. Dann bin ich. Ja, ich muss jetzt irgendwo den Arm suchen. Ja, ich muss jetzt irgendwo den Arm suchen. Stunden später. Ja, du trag den Schädel schon mal durch die Stadt. Das tue ich. Guck mal, hier ist die Giste, wo wir auf einem... ... die Giste rausgeholt haben. Ich habe keine Gute. Es sind ein Wachblatt damals. Da ist das ein Wachblatt. Hm. Hier ist der Steg. Hier ist der Steg. Hier ist der Steg. Tod und Zerstörung. Ich hörte, ein Schiff hat hier die Aschen verbrannt. Ich wünschte, dass ich es gesehen hätte. Der labert hier mit mir. Ich hasse es wirklich. Oh, wir dürfen hier nicht durch nichts pauschen. Ich hatte einen Grog oder zwei, aber wenn irgendjemand anderes da ist, die halbe Wohnung brüllen. Immer so, ich hab den Arm und ich bin jetzt da. So, ich komm mit ihm nach hier. Zum Schiff. Sie sagten, der Sheriff hat hier die Menschen verbrannt. Mein Kind der Geist. Ich will die Ecke zeigen. Ich zeig ihm alles. Der Typ. Der Typ. Ich würde sagen, gehen wir mal kurz in den Turm, oder? Von mir aus. Nix. Scheint sich nicht zu jucken. Keine Ahnung, wo ich hier grad bin. Ich bin noch ein Blutsch. Ich bin noch eine Ahnung. Ich bin jetzt in der Nähe von einem geliebten beautiful. Ich bin noch ein Blut und da einfach dran. Ich bin noch ein Blut zu spritun, ich bin hier. Ich bin noch ein Blut von einem Blut von dem flied. Ist doch immer so viel ein Blut von mir. Ich habe noch kein Archiv mitbekommen Im Knast nochmal Mal ausgucken, haben wir schon Low Street Ich fahre überall Ich könnte das Ding in 5 Sekunden flaschen Wenn ich sage, das Körper sieht wie ein guter Fett für mich Warum lasse ich es nicht für eine Testfahrt Und ich werde dir den Geibrach Ja, Moment Beim Zuges fahren wir natürlich noch nicht Ein Ort fehlt noch Welcher? Ja Geh mir in der Scumbar nochmal Mhm Ja, warst du, ok, dann Das nicht Äh, Ausgucken haben wir Die Straße haben wir, das haben wir Im General Store warst du auch? Ja Wie wichtig sind hier die Achievements? Äh, in die Kirche War ich schon Gefängnis? War ich schon War ich schon War ich schon War ich schon Ich war mit dem gefühlt überall Ich war mit dem gefühlt überall Was ist mein Klapp da hinten? Oh, gut Nein, ja Hat da wo irgendwas kommentiert? Ja, dass der Skelett Ja, dass der Skelett Dass das Skelett teuer ist Und dass er da ran will Äh, dann komm einfach nochmal kurz Im Skelett wären mehrere Knochen Du hast den Arm Tut den mal an den Armrand Ja Sonst nehmen wir Vergiss es einfach Vergesst es einfach Ihr könnt den Kopf erst dran tun wenn der Arm dran ist Wird ja irgendeine verpackte Scheiße sein Im Skelett wären mehrere Knochen Wir brauchen noch einen anderen Knochen Oh, warte Nein, hier Ja, wir brauchen noch einen Beinknochen Ich weiß wer den Beinknochen hat, Mori Ja, ich auch Die Frage ist wie kriegen wir Wie nehmen wir den Knochen vom Hund Wir können ihn auch nicht mehr Nicht nochmal mitnehmen Wie kriegen wir den Knochen vom Hund Indem ich ihn mal kurz frage Moment Ich nehme mal den roten Hering mit Ich habe ein niedliches Affenspielzeug hier Ich habe das mal gekauft Wir können das helfen Ja, Affe Tatsächlich Ich habe das Affenspielzeug Drehtämpfige Affe Wir geben uns dafür den Knochen Wir da tatsächlich Äh Ja, ja Das ist dann immer zogen Ja, cool, ich sehe nichts Und ich habe einen Knochen Schau hinter dir Ein Oberschenkelknochen Wer hat es gedacht Ist jetzt zwar ein bisschen zerkaut, aber So Wird reichen Ich muss also die ganze Scheiß nochmal neu spielen Tom, stimmt Soll ich auf dich warten? Ja, wäre nett Du hast übrigens eine Sequenz verpasst Okay Okay Was war das für ein Bagrado? Möbeli hat einen Körper, ach du Scheiße Das kann nichts Gutes sein Der hält nicht lange Ja Definitiv Jetzt Marvel At my Mastery of Impersonation Der Kupert nicht lange Wollen wir gleich einmal auf ihn schießen? Nicht jetzt! Das ist scheinbar schussfest Das ist scheinbar schussfest Wie alles hier Immer Stundenspäter Ja komm, wo geht's Das ist Das ist Das ist Das ist für mein Geht Du wirst Du wirst jeder raus von der ganzen Keine Ja Ja Ich erzähle dir wie du dein Job Du okay, Walt? Du wirst Wierd Oh Es Allergies Du kennst von den Pudeln Oh Oh Genau Du wirst Du wirst von mir letzte Woche Unsere diabolische Scheme funktioniert perfekt Geht nach der Mansion und find Threepwood Ich schaue Auf zu Threepwood Und hier geht's weiter zum Zirkus und so Hinter rechts dort lang zum Rest der Insel Hör doch mal los weiter geht In Treffen Mitternacht Geht's da weiter? Wollen wir später da lang? Geht überhaupt nicht Ja Ja Das ist schön tut's aber hier nicht Weil der Grön weg liegt Ich habe die Tür geöffnet Ich habe die Tür geöffnet Geht's 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 Ich habe die Tür geöffnet Ja Das ist schön Ja Ah, ja. Wen schaut deinen Gern an? Ich gucke ihn mir an. Ich glaube keinen. Es war schwebende Pistole in der Luft. Der schwebende Pistole in der Luft. Der schwebende Pistole Lachuk, der auch mit Elaine wurde und sie nach der mysteriösen Monke-Island geflogen. Als die loyalen Crew und das beste Schiff ausgeliefert, habe ich in der Suche von Lachuks Piratenlair. Als ich zentral anzunehmen eine körperliche Routbierre für die Pistole zu zerstören, habe ich Lechuk umgeflogen und ihm die größte Spritze von seinem Nachwuchs. Der stört, wenn du Musik spielst in der Szene. Er hat keinen Munition mehr. Er hat's return to Monkey Island gesagt. Ich kaufte das Spiel. Ich weiß, was mit dem wunderschönen Wunderschönen? Er hat's ... Ich weiß, was ich? Um, irgendwie. Once alle gelernt haben, meine Heroic Gehten, sie verletzten, dass ich die Gouverneur von Mele Island beendet bin. Und das concludes Ihre Premium Meet & Greet Session. Cheers! Danke für mich. Danke für mich. Oh, be sure zu checken unsere exclusive Merchandise. Ja, wir haben Gäste für ... ... für die ganze Familie. Oh, und bitte ... ... schief. Meine Wunderschöne ist ... ... sehr ... ... sehr ... ... schief. Ich glaube, er ist ein bisschen heruntergekommen seit den letzten Abenteuern. Mhm. Also das Gefühl. Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Fantastisch. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Aha. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Nö, aber wir müssten genug haben für das Huhn. Ja, hier gibt's noch die ... ... Mighty Pirate Chest. Ja, wie gesagt, aber wir müssten genügt ... ... genug Geld für das Huhn haben. Aber hier ist noch eine Truhe. Die müssten wir mal öffnen. Ja, dafür brauchen wir einen Schlüssel ... ... und wir haben hier immer noch ... ... Zeug zu tun. Ich glaube nicht, das war ... ... das war ... ... das war das Huhn. Der Gute schläft jetzt. Wir kommen auch nicht mehr raus. Wir kommen auch nicht mehr raus. Das ist gut. Tja, nun ... Wo hast du die denn gefunden? Die lang dort irgendwo eine Ecke. Hier. Hier ist ein Loch in der Wand. Wir sollten vielleicht hier ... ... die Schlüsse finden. Wenn wir hier nicht mehr rauskommen. Vielleicht können wir durch das Fenster dort verschwinden. Und vorsichtig nicht. ... Oh, das sind drei Affen. Und Elanes Brief. Und ein Schlüssel. Aha. Melzbierflaschen. Können wir geistert hier haben? Ah, da gibt es Trenzerei! Oh, oh, oh. Was haben wir hier? Eine ungewöhnliche Intrusion in meine mastervolle Delusion. Freywood war immer pathetisch einfach um zu melden. Als ich ihn überzeugte, dass er ein großartiger Heifer war, sein Ego schrecklich machte alles das möglich. So lange als er glaubt, dass er die Legend der Munkie-Islande ist, wird er nie will, diesen Ort zu verlassen. Und alles dankbar dafür. Ah, ja. Wollt schon sein, ich kauf, da gab es gar nicht immer Geld. Es geht darum, die Glückwunsch. Oh, das Meer von Thiefen ist so ein spezielles Ort. Wo unsere... ...sickeningly sweet historien ... können für all die Eternität dauern. Und wenn diese Blöde aufbauen wird, ... diese Wasser wird mir sein, ... zu regeln, wie ich sehe. Mwahahahaha! So, ihr wisst, ... ich wirklich kann nicht, dass du in meinem Weg wirst. Glückwunsch, ... meine Skeletal-Ship-Mates ... haben sehr ruhig geschehen, ... auf den Freunden. Ich bin sicher, dass sie dir gut ausführen, ... während ich auf die Monke Island setze. Mwahahahaha! Tja. Ihm nach. ... und den Video bespitzen darfst. Geht's hier noch weiter? Natürlich nicht. Dann spritz mal schön. ... ... ... ... Hier geht es runter. Gibt es noch eine? Nix. Ich habe ein Spiel gegen Gerste Piraten. Aufruf bitte. Ja, Sekunde. Äh, geht nicht. Ja, danke für gar nichts. Ja, ich stand davor, könnte nichts machen. Okay, jetzt bin ich auch tot. Ist ja nur ein bisschen, die Laufer. Wir müssen jetzt zurück zu unserem Schiff kommen. Und uns der Jax-Schiff verfolgen. Okay. Ich kann nicht glauben, dass sie dafür fallen. Auf dem Schiff, würde ich sagen. Oder nicht. Dann haben wir hier noch was zu tun. Ich glaube nicht. Wir haben jetzt Malzbeer als Waffe bekommen. Ja. Moment, ich checke nochmal eben, ob wir noch eben was zu tun haben. Okay, wo geht es hier weiter? Müsste es hier irgendwo ein nächstes Level geben. Ablegen können wir nicht. Na, wobei. Doch, können wir. Schatz auf Schiff geladen, Logbuch aktualisiert. Aha. Und wo jetzt hin? Nach Monkey Island, wahrscheinlich. Vermutlich. Aber wo geht es nach Monkey Island? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollten wir auch einfach mal... Einfach mal? Gucken, ob er jetzt mittlerweile wieder wach ist. Abgekampft getrennt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und wie willst du da hochkommen? Über die Leiter. Das ist eine Leiter. Ja. Ja. Nö. Ich schläft noch. Jo. Dann würde ich mal sagen, weiterfahren. Oder zum Ausguck nochmal gehen. Stimmt, wir können auch noch mal zum Ausguck. Der hat ja nach Schiffen geguckt. Willst du mal zum Ausguck gehen? Ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so viel Bock, da hochzurennen. Ich gehe einmal ganz kurz aufs Klo. Okay. Dann gehe ich da nochmal hoch. Ich lege mal das Schiff vielleicht wieder an. Oder doch nicht. Ich gehe jetzt mal ausgucken, was zu sehen. Das würde Sinn machen. Okay. Ich bin gerade auf dem Weg zum Ausguck. Alles klar. Vielleicht würde Sinn machen, dass es da noch irgendwas gibt. Wenn nicht, legen wir mal ab und schauen, wo es hingeht. Es wäre sehr lustig, wenn da jetzt einfach ein ganzer Offenskeletter auf dem Weg sind. Also bis jetzt habe ich noch keinen getroffen. Wir haben doch eigentlich... Haben wir nicht einen Brief von... Haben wir nicht einen Brief von... ...Alain gekriegt? Stimmt, den kannst du mal lesen. Aber wo ist der? Guck mal, ob der vielleicht noch dort liegt. Nee, der ist im Inventar unter Missionen. Da ist Seefahrten, Seemannsgarn. Das ist nix. Achso, hier. Doch, doch, doch. Ich nehme eins. Oh, wir sollten gleich in den Brudow-Markt gehen. Hat der offen? Es steht zumindest hier. Dann sind wir da vielleicht mal rein. Ich bin auf dem Weg zur Spitze. Ich bin auf dem Weg zum Brudow-Laden. Ja, er hat offen. Warte, warte offen, warte auf mich. Ja, hier ist offensichtlich offen. Warte auf mich, komm runter. Ich komme gerade auf die Spitze. Nein, hier ist nix. Yikes. Don't sneak up on me like that. You were? A ship, you say? Oh, this could be serious. Nein, hier oben ist nix. Ich bin dann mal wieder auf dem Weg nach unten. Und jetzt habe ich meine Augen örtet. Der. Ich habe meine Flasche verloren. Ich glaube, die brauche ich auch nicht mehr. Ich bin nicht lang, da ja vier oben rum. Ich komme so schnell ich kann. Gehe noch nicht rein. Ich stehe vor der Tür. Man muss den ganzen Weg auch wieder zurück. Nerve ich irgendwie. Na gut, wir hätten ja auch nie hingemüsst. Ja. Das musst du sein, der da feuert. Nein. Und sonst so. Und sonst so. Spazier dich hier den ganzen Berg nochmal runter. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. In der Sonne Skamba. Die auch merkwürdige Weise zu hat. Das ist der Rotierung. Hier ist der Rotierung. Na dann. Und dann, rein mit uns. Nein, nicht spielen. Wir brauchen das Schiff. Malzbier ist das Angebot erforderlich. Ich habe einen verloren. Ich bin auf dem Schiff. Moment. Ich habe eins verloren. Es gibt auch noch zwei neue in der Menschen. Ich gehe aufs Schiff. Ich gehe zur Menschen. Ich hasse Menschen. Da kann ich dir nur zustimmen. Der Dude pennt immer noch. Hast du deins? Ja. Ich schwimme. Moment. Ich warte auf dich. Versammle deine Crew bevor du weitermachst. Ja. Ich kann sogar gar nicht weitermachen bevor du kommst. Ja du dann gehe ich nochmal zum Ausgucken. Moment. Malzbier. 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 Ihr könnt hier auf der Melee-Island nicht beendet haben. Wenn Sie bereit sind, zurück zu mir hier. Ich werde warten. Wir können auch nicht zum Zirkus. Ja, es kommt in Kapitel 2, glaube ich. Ich habe YouTube-Videos gesehen, die so beklagt haben, dass man nicht zu dem Zirkus kommt. Oh, hier ist noch eine Sequenz. Wo? Wo zur Hölle bist du? Ich glaube, die habe ich schon ausgelöst. Und wo gibt es eine Sequenz? In dem Stuhl hier, oder? Ja. Ja, die hatte ich schon. Ja, gut, dann gehen wir. Denke ich. Der einzige Generalstorger auf der Melee-Island. Der Stuhlkeeper wird etwas über die Piraten ein bisschen verraten. Und dann wieder, ich habe ihn in seinem sichersten. Vielleicht hat er die richtige Idee. Oh ja. Okay, ich habe sie mir nochmal angeholt. Man sollte ja auch irgendwo ein Geschichtsbuch über die Insel kaufen können. Ja. Na dann. Wir haben viel zu diskutieren. Aber ich sehe... Wie ihr gelernt habt, die Erinnerung dieser Isländer hat eine Präsenz für Guybrush geworden. Ein Stuhl, kraftiert von seiner vollen Garnität. Das ist ja sehr gut. Das ist ja sehr gut. Das ist ja sehr gut. Das ist ja so gut. Das ist ja gut. Aber Guybrush und Elayne sind nicht die nurjenigen im schwammischen Locken. Lechuk kommt, um zu wissen, was die Säge von Thiebern. Und die Angst hat die Macht und die Status von seinen Piraten. Wenn er nicht aufhören wird, dann wird er weiterentwickelt für ihn selbst suchen. Aber Lechuk liegt tief unter der Monke Island. Und nur Guybrush kennt den Weg. Keine Hoffnung. Es gibt ein Weg, um die Hände zu entfernen und die Herz von Guybrush Threepwood. Aber es dauert Zeit, um sich zu vorbereiten. Es gibt die Menschen im Leben, die will wissen, was Sie jetzt wissen. Ich werde ihnen sagen, ob mein Plan. Und wenn der Zeit richtig ist, ich fühle, dass sie wieder deine Hilfe suchen. Für jetzt werde ich Sie zurückbekommen. Guybrush hat Ihnen eine große Debt von Gratitude. Die nächste Zeit, wenn wir uns treffen, werde ich sicher sein, dass er es verabschiedet wird. Die Reise nach Mini-1. Sie war ein Scan abgeschlossen. Ja. 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 Ja, naja. Wo fahren wir hin? Wir zurück. Oh. Wie man sieht Es ist abgestürzt Nein Motti hat deine Kuh verlassen Ja, es ist abgestürzt Ich bin noch da Wir haben es ja geschafft Guck mal nach Ob Teil 2 schon verfügbar ist Oder Wir müssen erst mal irgendwo anlegen Da vorne ist eine Insel Ja, leg mal an Und dann Guck mal nach Ob Teil 2 schon erhältlich ist Wenn nicht Ist gut Wenn doch Dann halt, keine Ahnung Nächste Woche oder so Nochmal Ja, schauen wir mal Ich schau erst mal nach Ob es da was gibt Ja Ja Ich steuere gerade auf dem Außenposten zu Dann können wir mal Gucken wir mal Ob es da nur eine weitere Seemanskan-Sache gibt Skull-Keep Das ist wahrscheinlich der Außenposten Ja, kannst du mir den Inwald nochmal checken Oder Das ging ja sowieso nicht Scheiße, stimmt Warte, ich fahre mal der Schiff zu Sorge, die Sitzung wieder beitreten Ja Bitte Hoppla Ich habe eingebaut Ich komme gerade wieder zurück Ich muss mal schauen Ich bin jetzt hier irgendwie auf so einer Insel Das war die nächste Insel, die war Mit reichen konnte Ja, ich sehe schon Wir haben einen Leck Ja, ich habe eingebaut Au Also hier sehe ich direkt nichts Wir sind ja auch hier nicht am richtigen Ort Wo ist denn der richtige Ort? Ich weiß es nicht Ich muss gucken Das hier ist auch kein Außenposten Ja Du bist gerade an irgendeine nicht aktive Raidfestung an den Blick Und was soll man da liegen? Ich mag hier kurz die nächste Westen Außenposten an den Augenhaut Ich mag hier kurz die nächste Westen Außenposten an den Augenhaut Einfach nach Nordosten Und ist klar Ich habe nicht mal Schlaufen gelegt. Warte, ich schlafe gerade. Ja, hier. Ähm, benötige ich Holz. Ich habe kein Holz. Holzfass. Ich rappeliere mal, versuchen es rauszubringen. Wenn wir keinen Rückwärtsgang haben, wird das schwierig. So. 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 ich habe ein Schießbilder verfasst, ich kann nicht mal an Bord liegen müssen wir es nur anzünden du kannst einmal drauf schießen das hat auch nicht rum gemacht ja, der Mast ist da unten gut, ich bin auf der, ich bin beim Kermann kannst du das nochmal hochjagen das Schiff oder? ich versuche nochmal ein Schiff an Bord an Bord zu kommen Klohn führt Stufe 2 du musst auf Aktion meine Crew und dein Schiff versenken gehen Ich habe da schon 2 TNT drauf gezündet, Mr. Team nicht, ich bin hier bei dir. So, wo kann ich das jetzt machen? Musst du nicht, äh, wirst wahrscheinlich nur fahren. Ich bin hinter dir. Ich lade schon rein. Das dauert recht lang, das heißt, es wird wahrscheinlich versenkt sein. Mach schon. Ja, wir sind an irgendeinem Außenposten. Dann schauen wir mal, ob wir noch die nächste Mission finden, oder? Ah, da ist unser Schiff. Guck mal, ob du die, äh, die Dame findest, die uns vorhin den Auftrag gegeben hat. Ich glaube, wir sind nicht an einem Außenposten. Ich glaube, wir sind wieder irgendwo gespawnt. Das ist blöd. Wir können aber zumindest fahren, diesmal. Wenn wir uns vielleicht kurz auslangen und wieder enden, dann müssten wir an einem Außenposten starten, oder nicht? Nee, ich fahre einfach kurz, das dürfte ja relativ nah sein. Okay, au. Diesmal, diesmal stecken wir halt zumindest nicht irgendwo fest. Das war der Hauptgrund. Dann fahren wir halt. Dann gucken wir mal auf die Karte, wo der nächste Außenposten ist. Ah, wir sind ganz oben rechts. Scheiße, ist der hier. Ja. Auch zunächst aufpassen, du. Wir müssen auch sinnlos verschießen. Wir müssen im Moment nicht PvP zacken. In der normalen Welt. Okay, dann fahren wir uns zum nächsten Außenposten. Bin ja schon dabei. Dann löchtet was am Horizont. Ich fahre gerade auf 2 Uhr, es liegt sowieso gerade auf dem Weg. Weiß nicht, ob das clever ist. Geht doch um nix. Natürlich ist jetzt wieder Sturm. So, gerade mal die Regenbogenflagge gehisst. Jetzt kommt gleich ein Karten. Wir haben absolut gar nichts an Bord, das wird nicht passieren. Wir haben absolut gar nichts an Bord, das wird nicht passieren. Bei den Wagen braucht ein richtig. Was ist der nächste Außenposten? Einmal hier durch. Festung des Verräterischen Schicksals? Nee. Außenposten Gärneons-Crave. Ja, ja. Dann muss aber noch ein bisschen mehr nach Süden. Willst du nicht wissen, was das für ein Ding da ist? Äh, mich so bringt. Ja, die fließen wieder so schon auf uns. Verdammt. Wer schießt auf uns? Ja, die halt. Erstmal nur ausposten. Beziehungsweise ist nur so ein Festfall. Das ist alles zu weit oben. Dann schießt du eine Leuchtkugel. Ich dachte, ein weises Feuer. Das war aufgeben. Okay. Und nun? Da müssen die draußen müssen sein. Gleich vor uns. Ja, das müsste draußen was denn sein. Ja, ich kann mich hier hinsetzen. Was ist denn was denn Galleons Grave? Ich kann mich nicht platformserweisechen. Ich kann mich hierher学 ich. Ich kann mich hierher suchen. Wir haben noch lange nicht angelegt. Angelegt genug. Ich habe zwei von Simon aus den Basten besucht. Aha. Ja, was passiert. Sehst du hier irgendwie... ...die nächste Quest oder so? Ich gucke gerade, wo diese Gebärchen sind, die wir verdient haben, aber scheinbar. Ich bin nicht großartig da. Oh, ich habe einen herzlichen Gast, Grog. Sie war irgendwo unten am Strand. Ne, aber ist wahrscheinlich nicht verfügbar, oder? Ne, dann müssten die Bücher liegen wahrscheinlich. Ich reise nach Media Island, dann liegen noch das zweite und das dritte Buch hier. Dann ist das... Dann ist das ein bisschen traurig, was da abgeliefert wurde. Dann vielleicht kommt noch weiterer Content. Das war das unten im Satzbuch. Ja, ja, es kommt noch ein bisschen was. Aber das war jetzt... Wie lange? Eine Stunde? Also mein Stream dauert jetzt... ...gleich drei Stunden. Sobald bin ich zurück auf die Wände. Ja. ich zieh da mal die kochschützer schutz wieder aus wo ist denn der klamottenladen legende wundervoll ist tatsächlich nur so spielen wir das weiter wenn es der möglichkeit zu gibt ich suche jetzt noch den shop in den klamotten laden ausrüstungsladen typische regenmung flagge ist noch irgendwie eine andere quest annehmen oder noch was wir müssen weiter hier machen und ich bin schon raus ich bin gerade am deinstallieren ok kosmetik truhe ich habe das zeug nicht gebraucht ich habe die kochschütze schon ausgezogen jetzt irgendwie man die eigenen spezifische klamotten man sich hier kaufen kann nur im shop wie immer ich habe das Musik 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 Ah ja Oh scheiße Tschüss Baudan Schau ich da nochmal nach Musik Ja jetzt irgendwas anderes noch zu spielen macht jetzt auch nicht wirklich noch Sinn Schiffsdruckration Kann ich nichts von kaufen Alles gesperrt Schmuckstücke Ich kann mir Flaggen kaufen Aber wie will das Ja backdrop Juspr K K K K K K K K K Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin, aber ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. war denn hier noch mal die ich finde die damen nicht mehr die dass die das hier die quest falle gemacht hat hier war sie tatsächlich nur ein buch liegt dort die reise nach mir erinnert ja dann kommen noch zwei weitere wahrscheinlich das kommt auf jeden fall noch zwei weitere hast du schon gehört habe ich noch nichts von der webseite na dann spielen wir das dann mal weiter wenn das nächste wurde ist wird dann die installiere ich das auch mal wieder jetzt noch irgendwie recht uns die muss voll ich weiß nicht wie sie das noch irgendwas anderes spielen für eine stunde macht ja auch keinen sinn zusammenspielen gibt es jetzt nicht wirklich was was man muss da weiß ich nicht ist nichts fällt mir gerade nicht sein solche online games jetzt zu spielen macht jetzt auch keine sind eine art zu zweit nicht das ist eine runde skribelei wo wir jetzt auch nicht so dass wir das wahre fremd zu zweit nicht muss aber auch nicht unbedingt sein man könnte es noch bei nur scales 3 spielen das wäre ich habe gerade gestartet ja deswegen sage ich es das besitzt du aber nicht oder wenn das besitze ich nicht das ist traurig ich glaube das ist wirklich ich glaube das wird dir gefallen dann wiederum magst du runden basiert das rollenspiel unten basiert eher weniger anders gefragt magst du blöd weil du es geht habe ich schon habe ich noch nicht viel von gesehen habe gehört also habe ich gehört das sollte schon das ist definitiv ein zehn von zehn spielen der skandal den dieses spiel ausgelöst hat ist dass sich entwickler darüber beschweren dass es zu gut ist und deshalb die maßstäbe für spiele wieder steigen ich kann es mir mal angucken ja weiß nicht muss ich mir mal angucken es kostet 60 euro ok dann werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen vielleicht gibt es das irgendwann im sale ich vermute nein dann wird das wahrscheinlich nichts ich würde jetzt Untertitelung. BR 2018